Nee, Mann, ich hab total verkackt. Ich hab locker ne 5. Piss. Oh, ich glaub, ich hab so ne 3 oder so. Ist okay. Geht schon. So, meine Lieben, heute gibt's dann auch endlich die Mathearbeit zurück. Ist ganz gut ausgefallen. Ne 5? Hä? Was hast du? Ich hab ne 1.